Moin, ich bin Majid. Wusstest du, dass auch das Thema Gesundheit ein nachhaltiges Entwicklungsziel ist? Das spielt auch für die VAH eine wichtige Rolle. Als Norddeutschlands zweitgrößtes Nahverkehrsunternehmen ist die VAH nämlich auch eine wichtige Arbeitgeberin in Hamburg und der Metropolregion. Zur Gesundheitsförderung bietet die VAH ihren Mitarbeitenden einiges, zum Beispiel betriebliche Sozialberatung, Betriebsärzte und finanzielle Unterstützung zur Fitness. Als Verkehrsunternehmen ist die VAH auch für die Gesundheit der Fahrgäste zuständig. Deshalb sorgen wir dafür, dass unsere Fahrzeuge immer sicher sind und wir bieten Schulungen zur sicheren Nutzung des Hamburger Verkehrsverbundes an. Schließlich können wir auch was für die Gesundheit der Allgemeinheit tun. Den Lärm und Abgase können krank machen. Indem die VAH immer mehr Elektrofahrzeuge einsetzt, verwässert sich nicht nur die Luftqualität, auch der Geräuschspiegel im Verkehr singt und es gibt weniger Lärm. Gut, oder?